Hallöchen Leute, ich heiße euch, willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Pokemon Glazed. Im letzten Part haben wir Pokemon Glazed angefangen und ich vermute mal, wenn ihr den zweiten Part seht, dann habt ihr den ersten auch gesehen. Also muss ich euch nicht erzählen, was passiert ist, ihr seid vertraut damit. Wir haben ein... Ein Britzli und ein Nonomso. Also ziemlich unspektakulär alles noch. Aber hier sind orange Typen und Typen, die in orange das Outfit tragen. Die sind uns immer suspekt. Deswegen werden wir vermutlich gegen sie kämpfen und sie töten. Seien wir realistisch. Und da kommt grünhaariger Typ mit Strähne im Gesicht. Oh nein. Das ist bestimmt der Favorit unter den weiblichen Fans von Pokemon Glazed. Hi Blake. Verzieh dich Blake, ich würde sehr gerne in den Wald hereingehen. Milkshake Swamp. Alter erzähl mir doch einmal was von einem Milkshake und ich schlürfe deine Gehirnmasse raus. Apropos Gehirnmasse rausschlürfen. Ihr kennt doch sicher das Pokemon Magnetilo, beziehungsweise Magneton. Viele sind ja natürlich der Meinung, dass man es... Das ist jetzt übrigens euer Lebenstipp für den verdammten Pokemon Krieg, den es übrigens wirklich gab und geben wird. Magnetilo und Magneton. Viele sind der Meinung, dass man dieses Pokemon nicht essen kann, weil es aus Metall und Elektrizität besteht. Ist an sich korrekt. Das heißt, bis auf die Tatsache, dass Magnetilo und Magneton im Grunde mehr so... Wie soll ich sagen? Androiden sind. Nicht Androiden, sondern... Ich hab keine Ahnung, was der Begriff dafür ist. Also sie sind zum Teil Mensch und... Was heißt Mensch? Nein, sie sind zum Teil Pokemon und zum Teil Maschine. Das bedeutet, da schlägt ein lebendes, organisches Gehirn da drin. Das wiederum bedeutet, ihr braucht nur eine Bohrmaschine. Im Notfall geht natürlich auch ein Gizeros. Da bohrt ihr euch dann durch die harte Metallschale. Dann nehmt ihr einen Strohhalm. Im Idealfall nehmt ihr dafür natürlich den Schnabel eines Dothri. Der ist schon schmal. Und den als Strohhalm funktioniert auf jeden Fall. Sollt ihr aber voll sauber machen. Dothris, die... Die picken immer ganz gerne im Kot herum. Ich hab picken gesagt mit P übrigens. So. Genau. Und dann nehmt ihr diesen Strohhalm. Dann steckt ihr den in das Magnetlo oder Magneton rein. Und dann zieht euch die Gehirnmasse rein. Darum sollte man das machen. Die Gehirnmasse hat jede Menge Eiweiß und Vitamin G. Wie Gehirn. Und das ist gut für euer Leber. Dieser Gehirn-Shake. Deswegen solltet ihr ihn auf jeden Fall trinken. In manchen Regionen, zum Beispiel der Höhenregion, wird der natürlich auch verwendet. Wenn man einen Kater hat am nächsten Tag. Weil man eventuell zu viel von dem süßen, süßen Sonnflora-Nektar. Moment, zwar Sonnflora-Blumenöl. Gib mir noch einen Versuch mehr. Zu viel von dem süßen, süßen Saft aus Arturils Schweif gekostet hat. Erinnert man den Kater? Ja, und da gibt man in der Höhenregion zum Beispiel den Leuten dann ein bisschen des süßen, süßen Magnetilo-Hirn-Shakes. Damit sie sich davon möglichst schnell erholen können. Und ich würde sagen, das ist eine gute Sache. Im Sommer, wenn er schön kühl ist, habe ich nichts dagegen. Gibt nichts Besseres. Magnetilo oder Magneton bekommen dementsprechend von mir das Prädikat. Kannst du mal reinbeißen. Also in dem Fall ja nicht, weil du es raus schlürfen wirst. Aber du verstehst schon. Und wir haben einen fucking Knilz gefangen. Können wir kurz darüber reden, wie super das ist, dass wir diese kleinen Pokémon hier gefangen haben. Und wir nennen sie natürlich. Wir geben ihnen einen guten Namen. Wir nennen ihn... Boah, das passt hin. Das ist der kleine... Das ist ein Mubelchen. Yeah, Mubelchen männlich. Oh, wir haben endlich den Knilz gefangen, Leute. Wisst ihr, was das gut daran ist? Knilz ist ein super starkes Pokémon. Auch noch als kleiner Bonus. Und es ist ein Pilz-Pokémon und... Wenn ihr meinen Arbeiter anseht, vielleicht erkennt ihr dann, warum ein Pilz-Pokémon für mich eine gute Sache ist. Und wir haben uns gefangen. Und das macht mich super 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 überglücklich. Oh, das wird super. Okay. Wir hopen, dich gern zu ziehen. Das hoffe ich auch. Also kann ein Mubelchen dann alles? Mubelchen, was kannst du? Uh, schönes Gras-Logo. Okay. Ist das... Bedeutet... Ich weiß nicht so recht, was ich von diesen kleinen Bildern hier neben dem Typ halten soll. Haben die irgendwas mit physisch oder speziell zu tun oder sind die nur da zur Deko? Ich vermute... Ich vermute allerdings nur zur Deko. Das finde ich nicht so gut. Und wisst ihr, was wir machen? Ihr habt das Gefühl, Mubelchen kann mit seinem Tackle und seinem... Ähm... Na, was war das andere? Absorber. Und nicht allzu viel ihm kann preisen. Deswegen geben wir ihm einfach mal den EP-Teiler und leveln ihn so ein bisschen mit. Während der gute Britzli die ganze Arbeit übernimmt. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan, der super ist, wenn ihr mich fragt. Wäre natürlich noch viel besser, wenn Britzli eventuell mal eine Lektion der Teutage lernen würde. Aber... Wollte niemanden unter Druck setzen. Höh... Ekans! Ich kenne schon das Geheimnis von Ekans. Rückwärts gelesen heißt es Cobra. Ha! Zieht euch das rein! Alter! Viele Leute verstehen das nicht, wenn ich das so sage. Die sagen dann... Höh... Aber... Cobra rückwärts gelesen heißt... Ah Bock! Wusstest du das nicht? Dann sag ich... Du bist ein weiser Mann, lieber Kommentierer. Du bist ein weiser, weiser Mann. Ein weiser Mann. Ein weiser Mann. Aber warum wusste ich das nicht? Es ist... Erstaunlich. Könnte ich das einfach so verwechseln? Es... Es ist beschämend. Und das sind beschämend wenig Erfahrungspunkte. Wisst ihr was? Wir trainieren jetzt mal eben. Und wir eventuell... Ich würde mit den guten Mobbingern ganz gerne ein Level abmachen. Uuuuh! Wusstet ihr? Das Kliebunkel? Du bist doch Klieb... Bist du Kliebunkel? Du wirst zu Toxiquack. Ich meine du warst Kliebunkel. Glaube ich. Gut. Was ich jetzt sage, ist natürlich jetzt nicht so passend in Anbetracht der Tatsache, dass ich seinen Spitz... Äh... Seinen Namen nicht wirklich weiß. Aber... Dieses Pokémon... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kliebunkel heißt. Ist tatsächlich eins meiner Lieblings Pokémon. Ich halte die Kombination von Kampf und Gift für sehr interessant. Und... Ich finde das sieht cool aus. In der zweiten Form zumindest. Ich mag das Pokémon. Das hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß nicht genau warum. Das ist super. Und hör bitte auf eine Lehmschelle zu machen. Sonst gebe ich dir mal eine Schelle. Er gibt mir immer noch einen Mud Slap. Alter! Tackle ihn weg dafür! Tackle ihn weg! Yeah! Das ist die Frage, was ich mache. Ist mir das Ganze jetzt zu risky? Ja. Es ist tatsächlich. Sieben KP sind mir zu risky. Wir schicken Mobbelchen los. Und Mobbelchen haut ein paar Deckel rein. Und dann sollte der Groa Gong auch down sein. Im Idealfall. Es macht die ganze Zeit denselben Angriff. Hör doch auf! Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Alter! Der Teckel macht so viel Schaden. Verdammte Scheiße! Nomnomso! Du, du, du. Stärker als ich gedacht hätte. Hör auf Mud Slap zu machen! Und warum kann ich mir keine Heilung kaufen? Warum ist dieser Kampf so dumm und langwierig? Und kacke und... Ah! Okay. Nomnomso! Verdammte Scheiße! Du stirbst jetzt! War es denn so schwer? Neun Erfahrungspunkte! Hahaha! Also das hat sich gelohnt. Okay, Mobbichin ist Level 6. Und nomnomso hat gar nichts. Okay, das hat sich gelohnt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube es war die größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Wissen Sie, was die größte Zeitverschwendung aller Zeiten auch bedeutet? Die bedeutet, wir werden einfach weitergehen und einfach so tun, als ob dieser Kampf nie passiert wäre. Puh! Das war... Das war... Das war... Das war bängstigend. Wir reden einfach nie wieder darüber, okay? Wenn wir einfach so tun, als wäre es nie passiert, dann wäre es auch nie passiert. Ihr wisst hier aus den Augen aus dem Sinn und ich kann diesen Kampf hier weit und breit nirgendwo sehen. Dementsprechend kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ein Pokémon-Kampf? Ich halte dich für einen Lügner. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ernsthaft. Oh Gott! Moppelchen wurde vergiftet, weil ich auf... Ist Ivy Efeu? Keine Ahnung. Ich wurde von Poison Ivy erwischt. Das ist tödlich. Ernsthaft. Das ist mir schon mal in der Nasdaq-Challenge passiert, dass ein Pokémon einfach durch die Vergiftung dahin gerafft wurde. Ich glaube es war... Ne, es war nicht Poochie. Es war keine Ahnung. Es ist lange her, aber bei Pokémon Rubin damals... Ja, da wurde einer dahin gerafft und das war ziemlich ärgerlich. Deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, nicht auf diesen verkackten Efeu zu trampeln. Und wenn hier irgendwo ein Shop gewesen wäre, dann wäre das auch sehr hilfreich. Vielleicht hätte ich mir nämlich Tränke und eventuell auch ein Gegengift gekauft. Aber gut. Wir brauchen sowas nicht. Milkshake Swamp. Ja, ich passe auf Poison Ivy auf. Uh, Gegengift. Pokéball. Was habe ich erwartet? Er legt einen Pokéball und ich erwarte, dass ich keinen Pokéball finde. Was ist los mit dir? Oh, für die Liebe der Käfer-Pokémon. Leck mich, Käfer-Fan-Trainer. Die habe ich gar nichts zu sagen. Oh nein, ein Raupi. Oh, die Pokémon haben hier Animationen. Fällt mir erst jetzt auf. Ach stimmt, das ist ja die Sparakt-Edition. Und da hatten die Pokémon ja so kleine Animationen. Die unschönsten Animationen, die jemals eine Pokémon-Edition hatte. Aber nichtsdestotrotz, da waren welche. Ist doch auch was. Oh nein, Fadenschance. Weißt du was? Der Fadenschance ist mir vollkommen egal. Denn er senkt nicht meine Genauigkeit, sondern meine Initiative. Und das ist mir einfach vollkommen egal. Lenk mich, Raupi. Du wirst getackled. So getackled, wie du noch nie in deinem Leben getackled wurdest. Okay. Gehst du down. Moppelchen. Yeah. Weedle. Hm. Weidle. Bezaubernd. Oh, Level 4. Gefährlich. 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 Friss den Tag. Bitte nicht vergiften. Bitte nicht vergiften. Okay. Ich möchte mal anmerken. In diesem Hack aktuell. Ich habe noch nicht das größte Glück. Bis auf die Tatsache, dass ich Moppelchen gefangen habe. Aber ansonsten. Huh. Ich habe nicht so großes Glück. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich nicht vergiftet wurde. Um den Satz zu vollenden. Ja. Ja. Ich meine Käfer. Hat übrigens der Typ gesagt. Ist ein vollidiot. Ich gehe nicht kämpfen. Klar. Du bist Käfersammler. Rematch. Okay. Man kann Rematches machen. Das ist durchaus interessant. Alter. Alter. Du kannst dir gar nicht vorspielen, wenige Bock ich habe, gegen dich zu kämpfen. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Like mich. Ich könnte flüchten. So angenehm. Fuck. Was mache ich jetzt? Ich kann unten entlang oder? Yeah. Und da hätten wir einen 2 gegen 2 Kampf machen können. Aber dafür bin ich noch lange nicht bereit. Denke ich. Ich habe mich mal davor gedrückt. Ja. Oh fucking Raupi. Ich wollte dich im Auge raupe. Und britzle jetzt mal so ganz komplett im Ernst. So ganz ohne Flachs. Wie man in sehr altmodischer aus den späten 80er Sprache sagen würde. Ganz ohne Flachs. Wann lernt du denn den Elektroangriff? Der würde mir nämlich sehr entgegen kommen. Und ich würde mich sehr sehr darüber freuen. Denn wenn du einen Elektroangriff hättest dann. Ich weiß. Das klingt jetzt vielleicht hart. Aber. Vielleicht wärst du dann nicht mehr komplett kacke. Stell dir das mal vor. Nicht mehr komplett kacke sein. Moppelchen. Moppelchen. Moppelchen braucht auch noch. Oh Stachelspore. Oh Stachelspore. Yes. Stachelspore ist der Abfuckangriff Nummer 1. Ich liebe Stachelspore. Wenn ich es besitze. Wenn es mein Gegner besitzt. Dann möchte ich ihn am liebsten erwürgen. Aber ist okay. In dem Fall besitze ich es. Deswegen ist alles cool. Und du verdammtes Raufi. Warum kannst du teckeln? Ich teckel dich gleich weg. Du kleine Würmchen. Also. Weiß dich zusammen. Dann reden wir auch nicht über deine Wünschelrute auf deinem Kopf. Die nebenbei bemerkt. Ziemlich absurd aussieht. Wir reden auch nicht darüber. Dass du dich eventuell vielleicht in Omod hättest entwickeln sollen. Aber da irgendwas schief gegangen ist. Halte dich fern Raufi. Okay. Das ist was ich dir damit sagen will. Halte dich fern von mir. Gibt es gefährlich. Uh. Wir haben ihn ab. Come on. Let's battle. Gut. Wenn du mir so sagst. In dem Ton. Dann. Kann ich dir nicht widersprechen. Wenn ein junger Mann auf euch zu stürmt. Und sagt. Dass er gerne mit euch betteln würde. Dann. Gott. Dann sagt ihr. Warum hast du ein verkacktes Liebunkel. Ich hasse dich so sehr. Das sagt ihr dann. Ah. Weißt ihr was? Mach jetzt Silberblick. Damit seine Verteidigung sinkt. Das heißt. Wenn er wieder seine Lebensschelle. Er haut die Lebensschelle raus. Oh. Macht ja nicht so viel Schaden. Okay. Seine Verteidigung ist einmal gesagt. Das muss reichen. Ich meine ja letztens haben keine Ruhe. Wenn ich die so jetzt noch ein bisschen senken konnte. Dann haben die anderen Pokémon eine höhere Chance. ihn schneller auszuschalten. Oh. Guter Schaden. Yeah. Und du machst Erstauner. Erstaunlich. Und der Reign continues to fall. Verdammter Regen. Oh. Getroffen. Yes. Lang mich, Liebunkel. Yay. Level 9 für Britzli. Britzl, 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 Britzl. Charge. Wirklich. Du lernst also den einen Elektroangriff, der absolut nichts macht. Aber okay. Das ist die Pokémonwelt. Sie ist voller Mysterien und Wunder. Wir werden uns nicht beschweren. Wir sind froh über die guten, tollen Gaben, die der große Pokémon Gott uns zukommen hat lassen. Wir sind dankbar dafür. Genauso wie für dieses verdammte Gliebunkel. Gehen wir nicht auf den Sack. Weißt du was? Ich habe ursprünglich mal gesagt, und mit ursprünglich meine ich am Anfang des Parts, dass du jetzt mein Lieblings-Pokémon bist. Aber inzwischen, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich von dir halten soll. Du hast mich sehr sehr enttäuscht, mein Freund. Genauso wie die ganzen Käfersammler. Die enttäuschen mich auch gerade sehr. Und wir können mal kurz über die Umgebung reden. Die Umgebung in dem Spiel sieht ziemlich fresh aus. Also der ganze Sumpf mit dem Regen. Und Bäume. Und Sumpf. Und Skorupi. Ich weiß nicht mehr, was der richtiger Name war. Das war nicht. Das ist ein Squawkler. War ein anderes. Ich habe keine Ahnung. Früß den Tackle. Du verwirrst mich, weil ich dein Name nicht weiß. Knock off. Oh shit. Ah, okay. Ich glaube, damit hätte er mein Item weggehauen, wenn ich eins tragen würde. Warum trage ich keinen? So eine Bäre wäre ungemein hilfreich. Oder allgemein. Liebes Spiel. Ich will dir nicht vorschreiben, was du zu tun und lassen hast. Also ganz unter uns. Wie wärs vielleicht. Eventuell mal mit einem. Ich weiß auch nicht. Heilungsitem. Ja? Nein? Oh, ich sehe schon. Das ist ein Nein. Dann schalten wir jetzt schnell den Skorupi aus. Und dann. Kommt der Knilz rein. Oh, ne. Kein Level ab. Ah, eine gute Mobichern ist auf Level 8. Das bedeutet, er ist vielleicht nicht mehr komplett schwach. Hoffe ich. Ich weiß nicht so recht. Aber ich glaube, wir können die auch den Epi-Teiler wieder wegnehmen. Ich meine, komm schon. Komm schon. Das war eigentlich doch so erstmal. So. Kleiner Mann. Ich habe gehört, du willst gegen mich kämpfen. Das Swap is awesome. Ja, das ist ein Supersumpf. Ich bin auch begeistert. Pichu. Los, Moppelchen. Moppelchen. So. Diesmal. Gehen wir das Ganze sehr taktisch an. Diesmal meine ich insgesamt. Stachel. Oh Gott. Stachel Spore. Stachel Spore. Yeah. Die orangenen Kugeln der Erlebung mögen dich ganz tief auf deine Stirn treffen, Pichu. Aber gut. Und Absorber. Absorber ist super. Oder? Ist Absorber super? Er erfüllt seinen Zweck. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass Tackle eventuell stärker wäre. Und warum kannst du Donnershock und meinen Britzli nicht? Das ist so cool. Ich meine, Tackle wäre doch stärker, oder? Ich meine, der Absorber, der macht echt nicht viel Schaden. Oh, der Tackle. Ah. Natürlich bin ich paralysiert. Was denn noch sonst? Na gut. Wenigstens teilt Pichu nicht viel Schaden aus. Warum hat Pichu eigentlich nicht so eine Fähigkeit, dass er sich jedes Mal, wenn es angreift, selber Schaden zufügt? Das wäre sehr originalgetreu. Das finde ich super. Und dieser Charme. Uncool. Okay. Ich kann mich eh nicht bewegen. Falscher Alarm. War cool, Pichu. Alles cool. Alles cool, denke ich. Absorber. Ja, Routenschlag. Was auch immer. Ich hole dich gleich mit meiner Route. Ha. Wenn du verstehst, was ich meine. Ha. Ich nehme mich nicht. Wir werden jetzt dann auch mal aus dem Wald rauskommen, weil wenn wir aus dem Wald nicht rauskommen, dann kein Problem. Was ist das gerade wirklich passiert? Hat das Torgefühl gerade wirklich Metronom gemacht und ganz zufälligerweise einfach mal einen der stärksten Feuerangriffe überhaupt eingesetzt? Nur blöd, dass ein Spezialangriff mies ist und es regnet. Aber wäre es nicht der Fall, dann hätte ich ein Problem bekommen. Und ich kann es einfach nicht beenden. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Weil dieser Kacktrainer auch noch drei Pokémon haben musste, die verdammt schwach sind. Aber mein Moppelchen ist noch schwächer, deswegen ist es ja absolut kein Problem. Damit können sie die Pokémon noch in die Jahre ziehen. Ah, Level 10. Egelsamen, endlich! Okay, zu so einer Situation würde es jetzt nicht nochmal kommen. Der Egelsamen hätte alles kurz oder lang geklärt. So geht die Scheiße jetzt hier noch weiter. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, wir schauen das an. Ich dachte, die wollen jetzt kämpfen. Okay, wir schauen uns das an. Ich finde das auch sehr suspicious. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und du bist ein Member von den Top 4? Cool, dann werden wir wohl nicht kämpfen. Ich will da nicht vor. Und Entschuldigung, du Scumbag, du Arschloch, verzieh dich und bitte nicht gegen mich kämpfen. Ich will nicht, ich wollte eigentlich den Park beenden. Ich war so aufgeregt, weil ich dachte, ich komme in die nächste Stadt. Und deswegen... Heilst du meine Pokémon, bitte? Bitte nimm dies. Pokécom mit Doppel M. Mmm, Majora's Mars Pokécom. Ist mein liebstes Pokécom. Du sprichst rein und dann kannst du reden mit Leuten. Ist wohl so eine Art Telefon oder E-Mail Ding. Warum wurde ich nicht geheilt? Diese Ruinen sind super, aber warum sind die hier? Weil hier vor der Uhrzeit mal irgendwas anderes war? Oh shit. Flashback. Wow, was passiert? Bin ich durch das Universum, bin ich wieder durch das Universum geflutscht? Oh, ich dachte, ich habe was gehört. Luke, ich bin okay. Ich habe Seilig, also hilfst du mir. Mudkip. Mudkip, Mudkip. Möcht ihr Mudkip? Leute mögen Mudkip, habe ich gehört. Gut, ich muss jetzt dir irgendwas helfen. Meine Pokémon sind nicht geheilt. Und ich bin genervt wegen den Kämpfen, die... Oh, du hast meinen Pokémon geheilt. Dankeschön, mein Freund. Okay. Dann würde ich sagen, wie das Ganze ja weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon Glaze. Das wird super. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.